Und, wie gefällt es dir? Wunderbar, fantastisch, ich bin hin und weg. Bist du sicher, dass deine magische Gabe nicht singen ist? Danke, Jolichin. Ich werde Ursula sagen, dass du perfekt für diese Aufgabe geeignet bist. Ich freue mich schon darauf, mit allen zu singen. Wir müssen uns bald wieder unterhalten. Okay, dann hatten wir die drei... Wo ist denn jetzt Ursula? Hier. Erzähl mir alles, Fischlein. Sie haben sich geweigert, stimmt's? Ja, schade. Nein, nein, sie haben alle zugesagt. Das Vorsingen von Christoph und Mirabel war toll. Mutter Gurtel hat nicht einmal gesungen. Aber ich bin mir sicher, dass sie großartig sein wird. Was möchtest du machen? Ich denke, sie ist der Star der Show. Oh, sie wird bald merken, wer hier der Boss ist. Mach dir keine Sorgen, Schätzchen. Oh, okay. Jemand, der Gurtel Paroli bieten wird. Okay. Da darf man gespannt sein. Du hast einen guten Job gemacht. Jetzt musst du nur noch ein paar Dinge für mich tun, während ich mit meinen neuen Background-Sängern rede. Ich habe mit Dagobert geplaudert. Und er hat mir erzählt, dass er eine Art Gerät hat, das die Stimme derer verstärkt, die hineinsprechen. Ein Mikrofon? Ja, das ist es. Ich möchte es für meine Background-Sänger verzaubern. Nur eine Kleinigkeit, um ihnen das Lampenfieber zu nehmen. Wir brauchen von jedem einen Gegenstand für die Verzauberung. Was soll ich holen? Etwas, das sie oft benutzen, aber nicht vermissen werden. Etwas, das sie leicht ersetzen können. Schauen wir mal. Mirabel hat immer eine Menge von diesen lächerlichen Windrädchen. Und ich glaube, Christoph hat vor kurzem eine neue Spitzhacke bekommen. Aber die alte liegt immer noch herum. Was Mutter Godel angeht, da weiß ich, dass sie jede Menge Trankflaschen in der Reich-Riesenweide hat. Ich bin mir sicher, dass sie nichts dagegen hat, sich von einer zu trennen. Warum bist du noch hier? Schnapp dir die folgenden Gegenstände aus den Häusern der jeweiligen Dorfmitbewohner. Mirabels Windrad, Christophs Spitzhack, Mutter Godels Trankflasche. Na gut. Ich würde dann mal sagen, ich nehme zuerst um. Ich mag dieses Kleid einfach. Es tut mir leid, aber ich komme nicht darauf. Das hier finde ich auch total schön. Da halte ich sogar die Hände so. Aber ich mag dieses Kleid. Es ist einfach hübsch. Hübsch. Es ist einfach hübsch. Was nehme ich denn jetzt für eine Frisur dafür? Ein Zopf. Die hatte ich jetzt die ganze Zeit. Nee, so Knödelchen. Weiß ich nicht. Winifred? Na. Aber nee. Nee. Ja komm, nehmen wir die erst mal. Also es ist zwar auch so, weil es eher so eine Art Knoten hinten im Hinterkopf, das passt. Ist jetzt auch gar nicht so wirklich weltbewegend. Also hier oben ist die Tankflasche. Gut. Hier hätten wir. Als nächstes Christophs Spitzhacke und Mirabels Windart. Christoph müsste an und für sich auch im Haus mitleben, wo auch Anna lebt. Rein theoretisch. Glaube ich. So. Augenblick. So, Entschuldigung. Bin ich wieder da. Mal hier die Kiste finden. Und. Okay. Cool. Da. Müssen wir erst mal hier den Gang wieder freimachen. Oh. Schön. Eine Kiste. Mit noch mehr Münzen. Oh. Okay. Äh. Christophs Spitzhacke hier. So. Gut. Die hätten wir da auch. Und als nächstes ist dann ja noch Mirabels Windart. Mirabels Windart. Für die Verzauberung, dass sie keinen Lampenfieber mehr haben. Hm. Fängt Ursula schon wieder an, irgendwelche Gegenstände von jemandem zu nehmen, um... Äh. Ich hoffe, ihnen nicht zu schaden. Das hoffe ich für Ursula. Oh. Okay. Achtung. So. Und wieder die ganzen Gegenstände zu Ursula bringen. Wo mag sie sich jetzt schon wieder aufhalten? Und immer noch am Strand. Okay. 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 So. Hier bitte sehr. Glückwunsch, Fischlein. Dieses Mal sogar reibungslos. Siehst du, wie gut es läuft, wenn du genau das tust, was ich sage, und nicht versuchst, deine eigenen Ideen einzubringen? Jetzt müssen wir warten. Einige der Zutaten für die Verwandlung müssen noch marinieren. Äh. Okay. Und ich muss alles vorbereiten. Perfektion braucht Zeit. Aber bei mir nur etwa 15 Minuten. Komm wieder, wenn es fertig ist. Danke sehr herzlich. Hm. Warte 15 Minuten, bis Ursula ihre Vorbereitungen beendet hat. Okay. Dann schaue ich gerade noch mal ein bisschen nach den ganzen Baumwolle-Pflanzen, die schon vielleicht fertig sind. So. Und ich könnte mal wieder eine Kleinigkeit puttern. Und noch mal ein paar Sachen verkaufen. Ich habe gerade wieder unglaublich viel in den Taschen dabei. Hallöchen. So. Das. Das. Gedichte des Vergessens. Ach ja. Stimmt ja. Da war ja was. Nein. Die muss ich behalten. Das kann weg. Das kann. Nee. Das muss ich behalten. Das. 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 Nein. Muss ich behalten. Das kann alles weg. Das kann auch weg. So. Die Rosen. So. Bis bald. Dann mal schauen, was jetzt... Ah, die sind fertig. Perfekt. Dann können wir dem Vergessen jetzt doch schon einmal helfen. Und noch mal etwas fruchtbare Erde. Auch gut. Ja, das packe ich hier hinein. Wo habe ich die Baumwolle abgelegt? Müll. Hatte ich die hier auch drin? Ja, selbst wenn, ist auch egal. Obwohl ja doch, doch das geht. Ich kann es ja auch aus dem Lager rausnehmen. Das ist ja nicht so wild. So. Ja, das kommt hier auch noch rein. Und dann ist es ein bisschen wieder aufgeräumter. Dann stelle ich jetzt noch ein wenig den Stoff her. Oder ich muss die Sachen im Vergessen bringen? Weiß ich jetzt nicht mehr. So. Einmal die Aufgabe kurz wechseln. So. Äh, ich brauche die Sachen doch alle bei mir. Hätte ja eventuell sein können, dass ich die so jetzt noch zusammenbauen muss. Aber... Na schön. Einmal das. Dann brauche ich ja die zwei schwarzen Passionslilien. So. Und... Zwei Amethyste. So. Und... Ach ja, Eisenwaren. Die sind ja hier drin. Das waren fünf. Ja. Kehre mit den Materialien zum Vergessen zurück. Äh... Das Vergessen ist, glaube ich, gerade wieder in ihrem Reich. So. So. Vergessen. Wo bist du? Ah, wo ist sie denn? Kann sie von hier aus gar nicht sehen. Hm. Wo ist sie denn hin? Ist sie gar nicht hier? Weil normalerweise verbringt sie ja viel Zeit hier. Wenn sie nicht gerade im Tal ist. Dann muss ich doch nochmal im Dreamlight Valley vorbeigucken. So, vergessen. Wo bist du? Gar nicht da. Sie ist gar nicht da. So, überhaupt gar nicht. Schade. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich die Aufgabe jetzt mit ihr abschließen kann. Na ja. Wenn ich will, der hat schon. Dann halte ich die Sachen erstmal noch bei mir. So. Wie lange haben wir schon? Okay. Haben wir schon ein bisschen Zeit mit dem Biest verbracht. Zwei Materialien abbauen. Ach ja, genau. Das könnten wir auch machen. Ich brauche ja noch einen großen, glänzenden, grünen, also hellgrünen Edelstein. Da brauchen wir sowieso ja. Da brauchen wir sowieso ja. Wenn wir dann auch diese kleine Quest abschließen. Na, wird das ein großer oder wird das ein... Nur ein kleiner. Ich brauche eher einen großen. Oder waren das die Semaragde? Ich glaube, es waren doch eher Semaragde. Ich versuche es nochmal hier. Irgendwo muss es ja eine Semaragde geben. Da reisen die mich übrigens auch sehr gerne mit. Hm. Immer noch nichts. Hm, 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 hm. Hm. Immer noch nicht. immer noch keiner normaler normal haben wir jetzt ja noch weiter der tapferkeit auch noch die möglichkeit zu finden na kommst du ran ich schub sie noch mal gerade beiseite vielleicht kommst du jetzt besser ran hier unten ist noch schon so ich habe gerade ein achievement bekommen bergarbeiter baue 1800 rubine ab aber das war doch kein rubin das waren die drehen egal dann laufe ich noch mal gerade in den wald der tapferkeit und vielleicht finde ich dort noch einen smarag da Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018